Julia Buczyk. Oh mein Gott, sind das viele. Das sind cool. Ja. Hi, ich bin Lele, ich bin 13 Jahre alt und ich wohne mit meiner besten Freundin in Hamburg. Hey, ich bin Julia, ich bin auch 13 Jahre alt und egal, was heute passiert, zusammen schaffen wir alles. Die Typische Julia ist immer zu lachen, alles immer positiv rüberzubringen. Man kann wirklich bei Nele immer so die Meinung sagen, ohne dass es irgendwie böse ankommt. Das ist einfach so schön, wenn man so frei sein kann. Was ich jetzt über Nele von Vele so weiß, dass ihr Vater aus dem Iran kommt. Und ich bin so ganz deutsch, würde ich jetzt sagen. Und wir lieben uns so als Freundinnen. Freundschaft ist eigentlich so, dass man immer für den besten Freund da ist. Dass man immer weiß, dass jemand hinter einem steht, wenn man Schwierigkeiten hat oder mit jemand anderem Streit hat. Dass man jemandem alles erzählen kann und der das auch so für sich behält. Mein Hobby ist Zirkus und da mache ich vielfältige Sachen. So, was ich mache, ist so Einradfahren oder Akrobatik. Und dann gibt es Jonglage-Sachen, du kannst mit Bällen jonglieren, mit Keulen. Bei Nele merkt man einfach, dass sie unglaublich Spaß daran hat. Und dann zeigt sie mir auf einmal so zu Hause, sie jongliert einfach so mit den Wellen und ich irgendwie so, hey, wie macht man das? Ich tanze Ballett, seit ich sechs bin. Mir macht das so viel Spaß und da kommt man wirklich immer mit so einem Lächeln raus und denkt sich so, oh, ich freue mich schon richtig auf nächstes Mal. Jetzt geht's weiter mit... Dem Hobby-Sprachkurs. Wer oder was ist ein Bayazzo? A. Ein Stützstand, B. Ein Clown oder C. Ein Zirkusdirektor? Bayazzo ist ein Zirkusdirektor? Nee. Nee, das ist es? Also es ist ein anderes Wort für Clown. Was heißt Plie? A. Französisch für Springen, B. Französisch für sich beugen oder C. Italienisch für Luft holen? Ich glaube für sich beugen. Ja, richtig. Wer oder was sind Fakire? Was? Fakire. Keine Ahnung. Menschen, die sich mit dem Rücken auf ein Nagelbrett legen, eine Clowns-Nummer, bei der das Publikum einbezogen ist. C. Aus dem Englischen für Fake, Ausdruck für Tricks im Zirkus. Oh Gott, ich würde jetzt B sagen. Nee, das ist A. Fakire sind so Leute, die auf ein Nagelbrett liegen oder über Kohlen oder Scherben laufen. Okay. Das ist, wenn man irgendwie aus einem anderen Land kommt. Es gibt einen ganz fiesen in der Klasse, der ist richtig fies. Ich habe mich schon ein paar Mal mit ihm angelegt. Ich war dabei. Und er hat auf jeden Fall gesagt, du bist schwarz und du bist schlecht. Und da habe ich mich so drüber aufgeregt. Ich finde das so schlecht. Ich finde das auch so schlimm, dass man da so krasse Beleidigungen auf Lager hat. Nele und ich sind ja beste Freundinnen und da ist es eigentlich egal, woher man kommt. Wenn irgendjemand eine blöde Bemerkung macht, haltet ihr einfach zusammen und... Ruhiert mich, euch zu verändern. Cool, gleich kriegt ihr die Challenge. Hallo, liebe Julia und hallo, liebe Nele. Ich habe gehört, ihr seid Balletttänzerin und Zirkusartistin. Richtig, richtig cool. Und genau dazu müsst ihr heute eine ganz besondere Challenge meistern, und zwar eine Hobbyfusion. Überlegt euch eine Choreografie, die Zirkus mit dem Balletttanz verbindet und führt sie dann euren Freunden vor. Kein Grund zur Aufregung. Vertraut auf euch und habt ganz, ganz viel Spaß. Ihr rockt das ganz, ganz sicher. Voll cool. Julia Muczyks. Oh mein Gott. Ich kann es nicht hassen. Das ist krass, dass sie uns sozusagen so selber so angesprochen hat. Dann müssen wir uns was Gutes überlegen. Dann müssen wir uns was richtig Gutes überlegen. Das so zu beiden passt. Das ist so ein bisschen rockig, so wie Zirkus und so ein bisschen vorneamer. Das ist so cool. Ja. Was ist Fusion? Verschmelzen von verschiedenen Dingen. Dass wir unsere beiden Hobbys zu einer Aufführung machen. Genau, zu einer Aufführung. Cool. Also wir machen so auf. Du erst so auf deinen ersten Schlag sozusagen, dann mache ich so. Und dann fange ich an und mache so einen Ratschlag. Ja, mach mal einen Ratschlag. Und dann drehe ich. Und dann drehen wir uns so um. Und dann können wir ja irgendwie, kann ich von der Seite mein Einrad holen. Okay, eins, zwei, drei. Und dann gehst du so. Dann können wir es einfach so machen, dass du stehst und ich mache einen Handstand und du hältst mich oben fest oder so. Manege frei für gewusst. So, jetzt zeige ich dir ein paar Grundübungen und die Grundhaltung vom Ballett. Als Erste stellst du dich erstmal ganz normal hin. Du machst als allererstes die Füße so nach außen, dass du so, wie so ein Dreiecksteller vor hier ist. Ja, genau. Und dann geht es um die schillige Position. Das hier, die du gerade hast, ist einfach die erste, ganz normal. Und dann geht es noch das Plie. Und da machst du, da stellst du dich wieder so hin. Und dann machst du, probier mal deine Arme so zu machen. Genau. Und dann gehst du einfach so, also du beugst erst so deine Knie. So. Und genau, probier, dass deine Fersen auf dem Boden bleiben. Ja, das war's. Cool. Also, wir können jetzt ein bisschen jogglieren üben. Du musst beide hochwerfen. Du darfst nicht so machen. Gleichzeitig fangen oder nacheinander? Also, du machst dumm, dumm. Ja, ja, genau so. Dann den und dann den. Und dann immer wieder in der gleichen Reihenfolge. Ja. Scheiße, sind das viele. Ja, guck mal. Eins, zwei, drei. Ja, guck mal. Surely, Dr. Ja, guck mal. Ja. Ja, guck mal. Ja, guck mal. ARD Text im Auftrag von Funk Applaus